Leute, ich geh hier gerade einfach so lang, ich hab von Daniel mal gehört und da waren so Schafe, da hinten ist auch so, find ich voll cool. Was war das? Hä? Nein! Leute, wo bin ich? Ich bin irgendwo draußen, hier ist nix hier. Da ist einfach das Wunsch, da ist das Bett, da ist das Bett. Was kommt hier? Wofür ist die Stange? Hier kommt er nicht rein, hier ist so ne Stange. Leute, hier ist ein Versteck. Was ist er kommt? Was schiebe ich dann? Oh Scheiße! Oh, die Schranktür ist einfach auf. Was ist das hier? Oh, hier ist ein Axt. Leute, ich glaub, wir können das durchhauen, oder? Ich werd jetzt Monster nerven. Leute, wir müssen gucken. Leute, wir müssen gucken, dass sie ihn irgendwie ablecken mit Irren. irgendwelchen Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt da hinten werfe, dass er auch nach da hinten guckt. Was macht er da? Der ist so behindert. Leute, ich werd ihn jetzt ablenken. Mit diesem Deckel werd ich jetzt weggeworfen. Ich werd ihn jetzt nach da hinten werfen, damit er denkt, ich werfe ihn auch nach, dass er da hinten hingeht und guckt. Das war's, was ist das? Das war's, was soll man! Das war's, was ich gesehen. Das war's, was ich sieht aus. Was ist das? Das war's. Leute, da oben ist ein Ball. Hallo, du Knecht. Ich bin recht an der Barbeite, du Wichser. Ey Leute, was ist das hier? Leute, ich weiß einfach was auf. Der ist total gefangen. Der kann schon haben. Ich schluss mich auch. Was ist das? Komm, schluss. Ich tu es aus, aber ich schliffe. Ja, ich muss das wegschneiden. Komm, schluss. Komm, SCHLUISE clock prep. Ja, das ist gar nicht. Ich hab den Schwinde. Ich hab den Schwinde. Der ist da. Der ist da. Der sieht mich nicht. Das ist zu schwer. Ich bin ja nicht. Ich hab nur die Schlüssel gefunden. Er pennt. Er pennt. Ich warte bis er trinkt. Bis denn das Wasser da runter fällt. Leute, ich mach kurz Cut und warte. Hier hat so ein Heizlüfter. Er trinkt. Da ist er. Ey du fetter Bastard. Kein trinken. Leute. Leute, was soll ich jetzt machen? Leute. Leute, ich hab was gefunden. Was ist das? Für was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich hab Hunger. Ich weiß es nicht. Was macht er? Leute, wer ist da? Ich glaub er geht schlafen. Okay. Für was ist das? Ich muss gucken für was das ist. Ich leg das schon mal erstmal hier hin. Ich weiß es nicht. Was ist das? Was ist das? Mal gucken was er jetzt macht. So langsam verstehe ich seinen Kreislauf. Seitdem gleich steht er pennt. Ich verstehe so langsam seinen Kreislauf. Er geht da hin. Dann geht er hier hin. Dann geht er in die Küche und dann geht er wieder da hin. Dann geht er wieder. Ich verstehe seinen Kreislauf. Okay. Wo ist der Ball? Vielleicht ist das hier irgendwo was für die Tür. Nein, das sind wir nirgendswo. Warte, da ist nur ne Schraube. Ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Ich hab's hinbekommen. Ich muss da heiße sein. Scheiße. Jetzt setzt er sich hin. Jetzt setzt er sich hin. Ich kenn seinen Kreislauf. Jetzt setzt er sich hin. Dann geht er bestimmt in die Küche. Ich kenn seinen Kreislauf. Dann kommt die Flasche an. Ich hab ein Ball gefunden. Wo ist die Schleuder? Hier ist der Schlüssel. War dein Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Okay, wacht auf. Ich soll jetzt tatsächlich wieder schlafen. Den Ball werde ich mir für die Waffe hier aufwachen. Der wird dann hier. Den Schlüssel behalte ich auch hier. Was macht er jetzt? Wo? Ich such dieses eine. Da hinten liegt das. Da. Ich brauch das. Ich brauch das nicht. Da. Er versucht es wieder hin zu bringen. Leute was macht er wo das nächste ist? Warte eben war er da. Da ist er in der Küche. Ich glaub er geht wieder auf die Bank. Er setzt sich wieder hin. Ah. Ihm ist wieder kalt. Das ist das. Leute ich hab was herausgefunden. Je mehr er sich bewegt er. Je öfters geht er da hin. Weil ihn dann wieder kalt wird. Was? Ich brauchte das hier. Ich werd mir das gleich erstmal aufbewahren. Ich hab da oben schon am Anfang ganze was gesehen. Da. Da liegt irgendwas. Ich weiß auch nicht für was das ist. Okay. Ich geh jetzt erstmal zurück. Ich muss ihn irgendwie jetzt hier hinlocken. So. Hallo und. Wie ist das so ein Monster? Extra. Warte ich muss versuchen es aufzumachen. Okay wo? Ey das ist gut. Ah. Dann geht da glaub ich der Strom jetzt an. Ich hab. Ruhig. 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 Aber das ist voll der Zufall gewesen. Dass ich gerade den Traumschlüssel überhaupt gefunden habe. Und der Schlüssel war besch... Warte. Entweder ist der Schlüssel für die Tür. Oder? Für was ist der Schlüssel? Das ist doch so ein Teufelsform. Das ist das Monsterzeichen Leute. Guck dir mal diesen Pisser an. Guck dir den mal an. Okay. Ich hab mir nicht kalt. Ja. Hier wird's kalt. Weil da Luft drin ist. Okay. 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 Ich glaube das ist die Tür. Probier gleich mal an die Tür. Er ist. Er ist am Trinken. Aber gut. Komm zu uns. Hallo. Nein, nein, nein. Leute. Ich wollte hier was ausprobieren. Ich glaube. Da ist schon mal die Schleuder. Ich brauche die Schleuder. Ich brauche die Schleuder. Ich brauche die Schleuder. Hier ich habe die Schleuder. Ich kann die jederzeit schmeißen. Ich warte. Ne, ich warte nicht. Die Tür aufmachen. Okay. Hier ist aber nichts drin. Ich habe ein Dings gefunden. Das ist gut. Okay. Warte. Ich habe eine Idee. Wir gehen unter den Tisch. Boah. Ich bin so fett. Okay. Digga. Er ist so dumm. Oh. Hier ist doch schön warm drin. Ich geh zur Küche. Was ist denn so fett dafür? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass das hier für die Tür ist. Ich habe es aufgekommen. Ich habe es aufgekommen. Leise, leise, leise. Leise, leise. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich werde mal falls mal hin. Mach er. Ich passe hier gar nicht mehr durch, Alter. Leute, die Tür. Ich brauche es nur noch. Wo ist dieser kleine Schlüssel? Oh nein, der ist da. Okay. Was war das? Schlepper. Ein bisschen leise sein. Ja, nein. Ich brauche das. Okay. Die Schlüssel brauchen wir hier. In diesem Schloss, glaube ich. Schnell. Okay. Schnell, schnell. Sch... Ruhig, ruhig! Schieff, schieff! Ok, gut, 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 gut. Was ist das denn nun? Ist der behindert? Ich muss da... Okay... Warte, ich lock ihn mal weg. Scheiße. Warte, ich muss ihn weglocken. Scheiße, wo ist der Schlüffel da? Er geht pennen. Gut, warte, wir können das nicht aufmachen. Hier ist die Schleuder. Wo ist der Ball? Da. Warte. Ah, hier ist ein Schlüssel. Warte, was ist der? Ist der für... Was ist der für... Hallo, hallo! Boah! Oh, hallo, hallo, hallo! Oh, hallo, hallo! Oh, hallo, hallo! Oh, hallo! Leute! Ah, ah, ah! Echt, mein Kopf ist wirklich weh! Habe ich eigentlich... Ich hab die Tür aufbekommen. Oh, wie soll ich jetzt da durchlaufen? Da ist der Ball. Er pennt. Ruhig. Okay, ich hab die Schleuder. Ich kann jetzt hier das Feld abschmeißen. Ich hab die Schleuder. Ich mach' ein bisschen krach. Ich mach' ein bisschen krach. So. Wo ist denn der Frisch da? Oh, halb ausgerutscht. Wo bist denn der Frisch? Die Schränke alle aufmachen. Okay. Da unten ist ein Brett. Warte. Das ist ein Hammer. Scheiß, hier komm' ich nicht durch. Oh, fuck. Oha! Alter, der Krieg! Ey, nein! Warte. 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 Das ist dumm. Pennt er jetzt, ey? Ich versteh' das nicht. Ey, das ist so gut von mir. Wo ist aber dieser Ball? Fuck. Wo ist der Ball? Fuck. Da. Hab' den Ball. Wir haben schon mal eine Waffe, Leute. Vergiss doch, du Spasti. Okay. Ich hab' eine Idee. Wir verarschen den jetzt. Leute, wir verarschen den jetzt. Ich hab' den Ball. Das geht's nicht. Ja, komm doch her! Ich hab' den Ball. Ich hab' den Ball. Was? 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 Runtergefallen. Ey, ey, das ist ein Teil! Wo ist die Axt? Ich versuch' mich zu jagen. Oh, die Axt. Leute. Ich hab' den Ball. Ich hab' mich hier grad' versteckt. Oh, die Axt. Oh, die Axt. Der Tank für irgendwas ist. Was ist das? Alles kommt da nicht rein, oder? Ich weiß' ich. Hier ist noch so eine andere Tür. Leute, gib' meinen Daumen hoch, wenn wir die andere Tür aufmachen sollen. Soll' ich das jetzt ranne machen? Okay. Ich muss gleich laufen, wenn er mich sieht. Ich schwör's dir. Oh, die Audioqualität, sorry, dass das grad' so scheiße ist, weil mein Finger die ganze Zeit davor ist. Okay. Ich brauch' nur noch Strom. Ich werd' nur in dieses Teil. Oh, fuck. Mist, da quitsche Ente. Warte. Ey, Monster! Guck' mal! Ich hab' Flaschen! Nein! Auf dem Gras! Oh. Ich justiere schon. Komm' mal rein. Ich irritier' ihn. Ich werf' so'n Holzklüppel rein. Oh. Oh. Lauf. Oh. Guck' mal. Oh. 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 Vielen Dank.